Augenscheinlich bin ich absolut begabt für dieses Spiel. Wenn da was steht, mach ich das. Genau, geh du mal vor. Ja, vielleicht ist das besser. Äh. Nein, nicht die Leute! Oh! Ja, irgendwie hab ich... Ich hab ein bisschen falsch geklickt. Das ist von dir auch so, Oma. Du solltest dich nicht anzünden. Also, dann mach ich mal kurz ne Einführung und guck mal kurz, ob das so geklappt hat. Wir spielen Magica. Die bezaubernde... Ja, Nina begleitet mich. Nina. Hallo! Besser gesagt. Und ich kann überhaupt nichts. Ich bin dieser Ritter in der roten Rüstung. Und Nina ist die Zauberperson in der blauen Robe. Und es ist ein tolles Spiel, was mit Elementen zu tun hat. Und augenscheinlich muss man gleichzeitig Maus und Tastatur bedienen. Etwas, was ich grandios beherrsche. Furchtbar ungewöhnlich. Jede Art von Computerspiel. Maus und Tastatur gleichzeitig. Das kann einen schon vor motorische und koordinatorische Herausforderungen stellen. Zugegeben. Ja, auf alle Fälle. Vor allem, weil man ja nicht einfach nur W, ASD macht oder so einen Scheiß. Sondern, ne, man muss ja auch denken, Feuer besiegt Gras und Wasser besiegt Feuer. Ne, was besiegt... Ja, egal. Ihr werdet es sehen. Es ist wunderbar. Es funktioniert ganz... Irgendwas piept bei mir. So, erstmal habe ich was Schönes für dich. Was denn? Komm mit. Oh, ja. Gibt's jetzt... Ach, eine Schatzkiste. Man kann doch was sammeln. Genau. Du kannst jetzt hier diese Kiste aufmachen. Interagieren. Oh, was ist das? Stab des weißen Weisen. Was macht der? Wenn du jetzt auf die mittlere Maustaste drückst, dann löst er seine spezielle Fähigkeit aus. Da wir hier keine Gegner haben, kannst du nicht sehen, was es ist. Wenn Gegner um dich rum sind, laufen sie weg, wenn du die mittlere Maustaste drückst. Oh, das finde ich gut. Das dachte ich mir. Das finde ich gut. Ich kann mir einfach nicht merken. Oh, da kann ich ja nochmal üben. Genau. Also, wenn ich das Schild mache zum Beispiel... Äh. Jetzt ist der Schild auf dir drauf. Ah, okay. Und wenn ich, äh... Was war das denn? Jetzt mal A mache... Ne. Oh, jetzt habe ich mir selber wehgetan. Toll. Ich kann nur durch Strahlen merken. Die finde ich besser. Die finde ich am besten. Die finde ich am besten. Es wird zwar dunkel. Warum wird es dunkel? Was passiert? Was machst du da? Was machst du? Machst du das? Ja. Hallo? Jetzt noch. Du müsstest mich mal wiederbeleben. Wo bist du denn? Ach da. Okay. Äh. Wo ich bin ist egal. Absolut. W, A, Leertaste. Dankeschön. Woher haben wir das jetzt gewusst? Ähm. Als wir aus dem Kacke gekommen sind, hieß es, wir beherrschen jetzt Wiederbelebung. Ach so. Und das stand dann da? Ja. Was ist das denn jetzt hier? Ah. Abschutz auf dem Desktop? Was heißt das? Das, was da steht. Lass es. Ah. Wo bist du hin? Auf dem Desktop, Mann! Au. Ach so. Es tut, was es heißt. Und warum ist es da? Versucht mal, mich wiederzubeleben. Versucht mal, bitte. Alter. Okay, was war das? Äh, A? Nein, W, A. W, A. Dankeschön. Wie blöd, es tut mir leid. Was macht's wiederum? Äh, alles klar, ja. Augenscheinlich bin ich absolut begabt für dieses Spiel. Wenn da was steht, mach ich das. Oh Gott. Fühlst du dich bereit, dieses Abenteuer jetzt zu begehen? Mhm. Auf jeden Fall. Gut. Auf geht's. Oh nein, ein totes Elch. Ja klar. Warum steht denn immer noch Abschluss auf dem Desktop bei mir? So'n Scheiß. Wenn du dein Mausrad weiter bewegst, dann steht da was anderes. Ah, okay. Ah, jetzt... Ah, das ist... Oh nein, wir kommen schon, wir kommen schon. Also, Nina kommt schon. Ich bleib hinten. Ne, 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 ne. Hier, komm. Du gehst mit. Äh, äh. 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 Oh nein, wir kommen schon, wir kommen schon. Du musst doch viel lernen, junger Padawan. Ich merk das schon. Mit Kälte. Ja, Kälte. Das versteh ich. Ja. Mhm, mhm. Das kann ich. Und... Äh. Äh. Springen können sie leider nicht. Checkpoints. Mhm. Ich will keine Münzen. Ich will Kuchen. Ich will keine Münzen mehr machen. Ja. Ich will keine Münzen mehr machen. Mhm. Toll. Okay. Ja, dann mach mal. Oh, verdammt. Äh. 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 Ich schieße dich. Kaputt. Verdammt. Äh. Es. Ja, ich hab nur zwischendurch die Frau auch noch kaputt gehauen. War das nicht toll? War das nicht toll? Äh. 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 Gibt's denn das Spiel? Gibt's denn im Spiel? Noch ein... Noch ein Schwert? Nein. Genau. Ach ja. Excalibur. Und was mach ich jetzt damit? Toll. Es ist eine Waffe. Du hast jetzt das Schwert im Stein. Ach. Allerdings ist es kein, kein Schwert, sondern mehr eine Keule. Wie geil. Wie geil. Du bist halt nicht König Autor. Richtig. Dann nimmst du halt das ganze Ding mit. Ich mein, die Leute haben sich ja früher angestellt da. Das ist ja nicht schon früher einer, oder? Du hast jetzt hier die Taktik, damit ich dich nicht erwische. Äh. Genau. Geh du mal vor. Ja. Vielleicht ist das besser. Huch. Die sind jetzt schon tot. Uh. Im Zweifelsfall hast du immer noch deinen Stab. Wenn du in die Mitte drückst, dann laufen Gegner weg. Ah. Okay. Ganz vergessen. Uh. Okay. He he. He he. Dumdi dum. Sonst ist das aber auch sehr schön. Hier. Ich muss mehr... Ich kann... Den Troll habe ich... Ja, ich habe das... Wer... Ihr habt... Wir haben doch gar keinen Troll gesehen. Das war kein Trolle? Was war das denn? Ach, Koblenz. Das war ein Koblenz. Ah. Aber keine Sorge, du wirst noch schnell genug Gelegenheit bekommen, einen Troll zu verhauen. Ja, das glaube ich. Ach, das ist der Troll. Na toll. Na toll, ein Troll. Hau rein! Ich will ja jetzt die nicht auch kaputt machen. Ups. Äh. Na nicht die Leute! Oh. Ja, irgendwie habe ich... Ich habe ein bisschen falsch geklickt. Das ist halt besonders gründlich. Dann lass uns gehend. Was habe ich denn gedrückt die ganze Zeit? Äh, egal. Oh, ich habe ein Level geschafft. Ja! Toll. Das ist ja auf Deutsch. Fällt mir gerade auf. Ja. Heppederb. Na ja. Also, so richtig Deutsch dann und auch nicht. Habe ich dir einen Rechtsklick? Oh. Vermutlich. Oh. Ach, ich erinnere mich an den Typen. Der Flaminier. Ich finde es ist Zeit für Schokolade. Ja. Ich habe irgendwo... Ich wollte dir das noch schicken. Ich habe irgendwo tatsächlich eine Marke von Schokolade gesehen. Die hieß nicht Schokolade, sondern Schakalode oder so. Schakalode! Die wollte ich dir noch schicken. Oh, oh, oh. Was kriege ich denn da? Ja, auf mich selbst. Ganz stau. Ganz stau. Da ihr... Ghostbusters! Ich habe gerade die Melone geheilt. Ein Herz für uns Grün. Ein Herz für Melonen. Ist das deine Schokolade? Ja. Regen. Die muss die Magieliste nicht aufregen. Ich... Ja, ich weich die... Ja, ich weiß das bitte. Das Regen ist... Wie und eher. Ah, okay. Hörbe derp. Habt ihr Probleme mit... Fisch? Ja. Deswegen klaut bei mir auch niemand was. Oh nein! Was passiert? Achso, ich bin das. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Noch mehr Goblins mit... Oh, Piraten-Goblins. Ach, Quatsch. Ich... Tschakka die Wurst. Los jetzt! Ich will spielen! Oh, kommt noch was Größeres? Okay. Junge. Ich will. Oh, kein Schmonth. Achso. Er, er, er. Das lief doch gut. Das ging sogar. Melonenschauer? Ach nee, Meteoriten. Ich habe irgendwas mit Melone heute. Das war übrigens das, was ich vorhin gemacht hatte, der Meteoriten-Schauer. Also überleg dir das zweimal. Möchtest du diesen Warhammer? Wie kriege ich jetzt den Melonenschauer? Nein, den... Mach das bitte nicht. So denn nicht. Weil man das unter Umständen selbst nicht überlebt. Ach Quatsch, ich bin so professionell... Wie ich vorhin eindrucksvoll... Okay, okay, komm, dann gehen wir jetzt ins nächste Level. Und dann? Ich kann mir gar nicht merken, was für Steine ich damit machen muss überhaupt. So, Meteoriten-Schauer, go for it. Ich will was sehen. Ah, da ist er doch. Okay. Also, Feuer, Stein... Das dritte Symbol ist Dampf. Das machst du mit Feuer und dann Wasser. Wenn du FQ drückst, hast du Dampf. Aha. Das muss man auch wissen. Okay, und dann mach ich das jetzt schon? Geht dir unten die Leertaste angezeigt? Ja. Dann ja. Das ist ja mies. Vor allem, weil wir noch keine Gegner haben. Ja! Okay, ja wunderschön. Oh, ein Troll! Ähm... Der hat eine Frau als Troll? Äh, eine... ...einen Troll als Frau? Mhm. Das heißt, wir können an ihm vorbeischleichen, oder was? Äh, an sich ja, aber... Warum? Das sind übrigens Heilminen, die du da gerade gelegt hast. Wie? Wie hab ich das gemacht? Oh. Oh. Toll. Dankeschön. Minen machst du, indem du, ähm... ...das mit Schild kombinierst. Also, W und E ergibt... Ah. Du kannst auch bösartige Minen machen. Ja. Jetzt hab ich Staub gemacht. Das ist Schnee, du Kretin. Das ist übrigens dein Stab. Nimm den ruhig wieder mit, 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 wieder mit. Ah! Ich bin hier geblieben. Okay. Der Witz an diesem Spiel ist halt, dass du möglichst interessante Kombinationen mit den... ...mit den Zaubern machst und nicht immer nur ein Element benutzt. Oh. Ja, das merke ich schon. Will darauf rumhauen, erzeugt... ...Heilbomben, die sehr wirkungsvoll... Genau, du kannst zum Beispiel sowas Schönes machen hier. Oder einfach nur ohne Feuer. Oder du machst noch so ne... so ne Aura drumrum. Was mach ich denn mit der Aura? Die ist gut gegen Untote. Okay. Es gibt Untote? Äh, ne Quatsch, die nicht. Ne, die hat Arcan. Die ist nicht gut gegen Untote. Ja, du solltest dich nicht anzünden. Ja, äh, okay. Wenn du noch fleißig übst, dann zeige ich dir die schöne mächtige Kombi. Ich hau mal drauf. Habe jetzt Bomben gemacht. Naja, egal. Oh. Oh. Manchmal spackt meine Maus echt ganz übel. Ich kann das nicht... Ah. Es kommt ein Kopf hinz. Toll, Heilungs... Ja. Äh, die Idee war gut. Oh. Oh. Heilungsbarrieren. Ich meine... Was für ein abgefahrenes? Schwer. Was ist denn noch einer? Achso. Ups. Upsi. Upsi. Und ja, ja. Und ja. Wie das abgeht, ey. Ja, gut. Hey, das war doch gar nicht so schlecht. Hm. Mhm. Aber ich muss diesen heiligen Schild loswerden. Der ist ja furchtbar. Den heiligen Schild? Also... Naja, das Ding, was da... Was ich von dir auch so... Ups. Ähm. Nein, nein. Also, was mich angeht, brauchst du dich nicht um das Heilen kümmern. Äh. Ja, das ging auch gut. Ich hab zumindest eine Kombination, die ich hinkriege. Ja, doch, doch. Was machst du denn jetzt? Eine Schlange? Oh, ich erinnere mich an die Schlange. Oh, ne. Oh, ne. Aber Schlange, ne. Wollte nur gucken, ob man da lang kann. Das weiß ich nämlich nicht. Hm. Hm. Ah, jetzt krieg ich wenigstens gleich... Ah! 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 Oh. Ich hopp. War ja auch gut. Das war... Das war geplant, auf alle Fälle. Warte mal, einer? Okay. Da steht da irgendwo einer hier, oder? Ähm. Hä? Ja. Das war's. Du. Ich... Ähm. Willst du mich wiederbeleben? Ja, sicher doch. Warte. Moment. Ähm. Lass dir Zeit. Wie war das denn? Sag mir die Kombination. Ach da. Ähm. W... Und... K... Dass deine Rüstung dich vor Pfeilen schützt. Wie ist denn dieses Vieh? Hey! Ich bin da irgendwo da drinnen, oder nicht? Ja. Ah! Oh, shit. Kalima shaktidea. Sehr gut. Okay, ich werde dich einfach nicht heilen. Ach, verdammt. Ich bin natürlich schon tot. Heil dich erstmal. Wenn ich tot bin, kann ich... Wenn ich tot bin, kann ich... Du sollst dich erstmal heilen. Weiter heilen, sonst lass ich dich nicht raus. Äh. Äh. Oh. Verdammt. So. Ich nehme den Stab hier oben. Ja. Dann schnappst du dir den anderen mal wieder. Weil dieser Schild ist echt schrecklich. Verringerte Zauberwirkung ist ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. Eindeutig. Äh. Irgendwas piept bei mir in der Wohnung. Ich weiß leider nicht, was es ist. Morgen kommt jemand um die... Ach, die Schlange. Kacke. Erinnerst du dich nicht mehr, wie du da rauskommst? Nein. Alter. Klingt an, deinen Stab vorher einzusammeln. Ahhhh. Nehmen. Machen dich immer Heilminen, die heilen den Feind. Verdammt. Aber ich kann mir das so gut merken. Geballte Power mit der Macht des Mondsteins. Warte mal, bleib zurück. So. Weg ist er. Oh, Kühlschrank. Mh, yeah. Warum nicht? Wenn du den nicht willst, nehm ich den anderen. Ich wundere mich halt, was es ist. Ups. Oh Gott. Mh, yeah. Ich wundere mich halt. Mh, yeah, 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 yeah. Oh, toll. Kommt, ist das die Schlange? Uuuh, joa. Hm. Feines, feines Schlange. Ich glaube, das ist meine Maus. Die Nummer geschehen ist. Wo? Was ist denn? Was muss man denn jetzt machen? Ah. Dafür sorgen, dass sie sich in den Kopf stößt. Was mache ich, indem... Also mache ich jetzt hier... Vorsicht! Indem ich dahin was beschwöre, wo sie auftauchen wird. Mit Wasser auf dich selbst kannst du dich löschen. Toll. Jetzt war ich zu spät. Geht er weg! Oh. Oh. Jetzt war ich zu langsam. Pass auf! Oh. Das war's. Dritte. Yeah, Level geschafft. Ich habe meinen Stab nicht mitgenommen. Ist doch eigentlich ein schöner Zeitpunkt, um das Ganze hier zu pausieren. Ja, auf alle Fälle. Mein Level geschafft und so. Ich konnte mich gerade nicht so drauf konzentrieren. Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Dunderhead war eine Kutschfahrt nach Habindir. Wie schön eine Kutschfahrt als Belohnung. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Du hast dich auf jeden Fall viel, viel besser geschlagen als beim letzten Mal. Ja, ja, das stimmt. Du hast nicht wild mit deinem Heilzauber in den Runden rumgeschossen. Ich habe jetzt nur Heilminen gemacht. Das ist okay. Die kreuzen sich wenigstens nicht mit irgendwelchen anderen Zaubern und lösen dann unschöne Dinge aus. Habe ich das letztes Mal gemacht? Ja. Aber du lernst ja noch. Das ist okay. Ja, ich merke das schon. Und das ist kein anfängerfreundliches Spiel. Ne, ich merke das schon.